Der Stadtrat Wetziger hat sich in der Vision 2040 für sechs Handlungsfelder entschieden, nämlich Wohnraum und Arbeitsplatz, ein gesundes qualitatives Wachstum, die digitale Transformation, die Mobilität, gesellschaftliche Veränderung und eine klimaneutrale Stadt. Wohnraum und Arbeitsplatz – das ist für den Stadtrat wichtig, dass man die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördert, z.B. mit attraktiven Betreuungsmöglichkeiten. Dann wollen wir aber auch in Wetziger Quartiere investieren, Begegnungsorte und Quartierplätze schaffen, Quartierwohnzimmer als Treffpunkt und auch Leben und Arbeiten in Wetziger grundsätzlich fördern. Und wir wollen auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort sein. Zum einen, indem wir eine intensive Zusammenarbeit mit dem Gewerbe und den Unternehmen haben und sie auch unterstützen, z.B. bei der Standortevaluation oder sogar bei der Expansion. Hier ist ein wichtiger Punkt für den Stadtrat die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Anforderungen sind höher geworden in der heutigen Zeit. Und da wollen wir z.B. durch attraktiven Betreuungsmöglichkeiten, eben die Möglichkeit jungen Familien zu geben, dass sie wirklich den Beruf und Familie besser vereinbaren. Gesundes, qualitatives Wachstum. Zuerst wollen wir eine aktive Stadt entwickeln, indem wir z.B. Partizipationsprozesse etablieren im Wetziger. Aber auch eine Stadtentwicklung, die über Qualität vor Quantität geht. Eine aktive Teilnahme am Immobilienmarkt. Die Stadt soll sich im Immobilienmarkt positionieren. Und sie soll ihr eigenes Immobilienmarkt aktiv bewirtschaften. Zudem die Entwicklung des Stadttums Unterwetziger. Und natürlich auch die Planrevision, die wir etabliert angehen. Ja, die Aufwertung des Zentrums Oberwetziger. Jetzt kann man politisch direkt sagen, warum rede ich vom Zentrum Oberwetziger? Nicht von der Stadt Mitte. Wir werden aber nicht ins Zentrum oder nicht ins Zentrum entfachen, sondern sagen wir einfach mal, es ist ein Zentrum von Wetziger. Und darum reden wir vom Zentrum Oberwetziger. Digitale Transformation. Dazu gehört der stetische Webauftritt, den wir neu machen wollen. Dass Daten frei zugänglich bereitgestellt werden und all die auch nutzen können. Also die Open Government Data, wie man so schön sagt. Dann die Weiterentwicklung der strategischen IT-Steuerung. Die physische und digitale Partizipation im politischen Prozess. Dann eine moderne Arbeitsbedingungen für unsere städtischen Mitarbeitenden. Und eine IT-Infrastruktur in den städtischen Gebäuden, die der heutigen Standards entspricht. Und dann auch Plattformen für die Zusammenarbeit bei Projekten und Verfahren bereitstellen. Der oberste Schatz, weil der Schmerz eigentlich schon gross ist, ist einmal die städtische Website. Also dass wir den Auftritt generell neu machen. Der ist einfach von der Technologie, die dahinter ist. Und dadurch, wie das dargestellt wird, restlos verhalten. Mobilität. Hier wollen wir Zielbilder definieren. Verkehr und Mobilität. Das beinhaltet der motorisierte Individual- und den öffentlichen Verkehr. Velo- sowie Fussgängerinnen und Fussgänger. Dann aber auch Zielbilder Verkehr und Mobilität in städtische Entwicklungskonzepte integrieren. Und der Kantonal-Richtplanverkehr muss dementsprechend auch angepasst werden. Und, was wir generell erwähnt, die Empflechtung der Verkehrsteilnehmenden. Wenn ich mich zurückerinnere als Übel, das ist schon einige Jahre her, dann kann ich Ihnen sagen, dass es viel weniger Verkehrsteilnehmer hatte auf praktisch dem gleichen Strassennetz wie heute. Gesellschaftliche Veränderungen. Zum einen kommt da für uns die frühe Förderung, und zwar im Bereich vor der Schulzeit zum Zug. Das heisst eine Koordinationsstelle für frühe Förderung. Ein attraktives und gut zugängliches Angebot. Auch Elternbildung und Beratungsangebote wollen wir zur Verfügung stellen. Und eine aktive Förderung von fremdsprachigen Eltern und Kindern. Dann auch der Einbezug von allen Bevölkerungsgruppen. Inklusion ist das Stichwort. Und die Weiterentwicklung der Tagesstrukturen. Wir haben auch das Alter. Das Alter haben wir letztes Jahr eine Strategie erarbeitet. Mit der Vision. Wetzikon ist eine altersfreundliche Stadt. Fokus auf alle Phasen im Alter, die man durchschritten tut. Sozial orientiert, aber auch gesundheitsbezogen. Wir decken die Bedürfnisse ab. Und eines, was zentral ist. Wir wollen die älteren Menschen als Ressourcen, als gewinnende Gesellschaftsteile wertschätzen. Klimaneutrale Stadt. Wir wollen eine klimaverträgliche Siedlungsentwicklung. Zum Beispiel mit Grünflächen und auch Schattenbereich. Wir wollen die Abhängigkeit von der fossilen Energie reduzieren. Ein Zielbild und ein Konzept für die Kreislaufwirtschaft etablieren und umsetzen. Und die Schaffung von zusätzlichen Grün- und Freiräumen. Sowie eine moderne städtische Hauptsammlungsstelle schaffen. Wenn es heute auf den 6. Leute Platz geht, dann ist alles entweder geteert oder dann mit Stein besetzt. Und im Sommer, wenn sie dort hergehen, dann stellen sie fest, barfuss können sie dort nicht laufen. Das ist Lukas und das ist Lena. Beide haben am gleichen Tag Geburtstag und sind gleich alt. Dennoch unterscheiden sie sich in ihrem Entwicklungsstand. Lukas kann schon gut rechnen, lesen und schreiben. Lena kann zwar gut rechnen, doch lesen und schreiben kann sie gar nicht gut. Die Heterogenität ist etwas, was wir akut merken in der Schule. Es geht um die sprachliche Heterogenität, die soziale, die kulturelle. Das ist die tägliche Herausforderung der Lehrperson. 19.30 Uhr, 6. November. Das Thema ist natürlich offen. Da werden wir uns dann schauen, was vielleicht aktuell ist. Wenn Sie in einer Änderung von den Anbietern mit uns zusammenkommen und die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ja, geschätzte, aktuelle Stadträteinnen und Stadträte. Ich bin beeindruckt über die Menge und über die Vielfalt der heutigen Themen. Und wenn ich jetzt gleich etwas entgegen muss meiner Absicht, bitte, das ist keine Kritik. Wir haben etwas gelernt. Und am 6. November angefangen haben wir eine Folie zu zeigen. Wir haben eine Folie, die vielleicht mit einem Leitering oder Klerikrübel bezeichnet sein könnte. Wir haben diese Haufen Sachen gehört, die man sollte machen, die man will machen, die man muss machen, die man irgendwann einfach unbedingt haben sollte. Aber zu diesen Überlegungen gehört in meinen Augen auch, was braucht es denn nicht mehr? Was können wir auf Deutschland canceln, fahren lassen? Irgendwann kommt es da, wo irgendjemand das zahlen soll. Irgendjemand kann das machen. Und dann muss man sich auch fragen, was brauchen wir jetzt nicht mehr? Und darum empfehle ich eine Folie zu machen mit einem Klerikrübel am 6. November. Die Frage stelle ich mir immer bei der Vielfalt an die Projekte, die wir hier haben. Was gerade angesprochen hat? Wir können selbstverständlich nicht alle auf das Mal umsetzen. Wir haben zum Glück Zeitachse, die wir im Finanzplan abbilden. Und das gibt uns auch die Gelegenheit, das sauber abzuwickeln, auch finanziell aufzubereiten. Es wird praktisch nicht umgesetzt, was nicht budgetiert ist. So sind wir immer eigentlich kontrolliert und unterwegs.